Hey ihr Lieben, herzlich Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch die Blisseam Box von Uni. Die soll einen Wert von über 137 Euro haben und wenn ihr wissen möchtet, was da genau drin ist und ihr auch was Schönes gewinnen wollt, dann bleibt dran, ganz viel Spaß und los geht's. Wir starten kurz mit den Details. Die Blisseam Box ist eine Beauty Box aus Frankreich. Die kostet jeden Monat 16,90 Euro. Ich habe zwei Deals für euch. Entweder könnt ihr 5 Euro sparen, dann zahlt ihr nur 11,90 Euro über den Link in der Infobox mit dem Code BLISCIMFRANKA. Dann bekommt ihr einfach die reguläre Uni Box mit dem Inhalt, den ich euch gleich zeige. Da könnt ihr auch ein Produkt noch speziell auswählen, also so ein bisschen an euren Hauttyp anpassen oder ihr nutzt das Willkommensangebot und zwar zahlt ihr dann den regulären Preis von 16,90 Euro, bekommt aber noch drei Produkte extra und zwar von NYX mit einem Gesamtwert von 37 Euro. Da ist unter anderem einmal ein Full-Size-Duschgel mit dabei. Das ist diese florale Richtung, das heißt, das riecht ein bisschen mehr nach Blüten. Das ist ein mildes, parfümiertes Duschgel mit Mandelöl, für jeden Hauttyp gut geeignet und eben in der Full-Size. Zusätzlich gibt es noch eine straffende, strahlende Pflegecreme fürs Gesicht mit 15 Milliliter. Die habe ich auch schon mal ausprobiert. Die ist auch parfümiert. Und zusätzlich haben wir noch ein Körperöl, was ein bisschen nach Haselnuss duften soll. Da rieche ich jetzt direkt mal dran. Oh ja, so ein ganz leichter, nussiger Duft kommt mir entgegen. Aber sehr, sehr angenehm, sehr dezent. Man riecht auch diesen klassischen NYX-Duft so ein kleines bisschen durch. Also ich finde diese Parfümierung sehr schön. Und wenn ihr dieses Trio mit dazu haben wollt, schaut in die Infobox. Da habe ich euch das verlinkt mit dem Code dazu. Dann zahlt ihr einfach regulär die 16,90 Euro. Bekommt das gratis. Ihr bekommt dann allerdings auch noch die nächste Box. Und die nächste Box ist eine Doppelbox für Juli und August. Und erst danach könnt ihr kündigen. Ansonsten, wenn ihr ein flexibles Abo wählt, könnt ihr jederzeit kündigen. Zahlt 16,90 Euro und könnt auf die erste Box 5 Euro mit meinem Code sparen. Also diese beiden Optionen habt ihr. Entweder super flexibel mit 5 Euro Rabatt oder ihr bindet euch jetzt quasi für Juni, Juli und August, weil das eben eine Doppelbox ist und bekommt dann diese drei NYX-Produkte noch gratis mit dazu. Könnt ihr selber wählen. Wenn ihr auf die Marke steht, das mal ausprobieren wollt, ist das bestimmt ein richtig guter Deal. Und dann zeige ich euch jetzt erstmal, was überhaupt in der Juni-Box drin ist. Ich finde es schon mal total cool, dass sie dieses Mal ein anderes Design haben. Hier mit dieser Rundung. Total schön. Und das Thema ist wohl I can buy myself flowers. Und ich finde, das haben sie richtig gut getroffen. Vor allen Dingen mit der Umverpackung. Diesen Monat in deiner Box drei Gründe, ein natürliches Serum von Endro zu verwenden. Seine hochkonzentrierte Formel kann bis zu 70% Wirkstoffe enthalten. Im Vergleich zu 5-10% bei einer klassischen Creme. Dank seiner komplementären Wirkstoffe wirkt es synergetisch mit anderen Pflegeprodukten. Es bietet blitzschnelle Ergebnisse dank seiner konzentrierten Formel. Also für welches Produkt hast du dich entschieden? Und das ist jetzt ein gutes Stichwort, denn hier ist ein Serum von Endro dabei. Und da habt ihr die Wahl, entweder dieses Healthy Glow Serum zu wählen oder ein Serum mit Feuchtigkeit. Das könnt ihr direkt, wenn ihr ein Abo abschließt, auswählen, welches Serum ihr lieber haben möchtet. Es kommt auf jeden Fall in einer Full Size. Ich habe hier die Glow Variante mit 10% Vitamin C und ich liebe Vitamin C Serum. Bin sehr gespannt, das mal auszuprobieren. Das kenne ich auch tatsächlich noch nicht. Ich schaue mal gerade, ob ihr da auch Glitzerpartikel gegebenenfalls drin habt. So sieht das Serum aus. Das riecht richtig schön fruchtig, frisch, perfekt für den Sommer. Gerade Vitamin C ist auch super wichtig, um die Haut einfach schön zum Strahlen zu bringen, Pigmentflecken auszugleichen und die Haut einfach zu schützen. Tragt auf jeden Fall einen Sonnenschutz danach auf und dann seid ihr perfekt ausgestattet für den Sommer. Als nächstes haben wir einen Full Size Lippenstift von MAC und zwar den Powder Kiss Lippenstift in der Farbe Devoted to Chili. Und da ich den bereits hier habe, werde ich euch den auf jeden Fall verlosen. Und falls ich es eben nicht gesagt habe, ich packe euch eine Mystery Blissim Box zusammen mit Produkten aus dieser Box und auch der vorangegangenen Box, dann habt ihr so eine kleine Überraschung. Alle weiteren Details dazu findet ihr auch in der Infobox und deswegen lasse ich diesen Lippenstift jetzt mal zu. Ich habe ihn nämlich in meiner Sammlung gefunden, habe ihn auch schon aufgetragen und ich trage ihn gerade, damit ihr euch die Farbe ein bisschen besser vorstellen könnt, denn jeder erhält diese Farbe. Das ist ein richtig schönes, tragbares Rot, würde ich sagen. Die Formulierung ist anders als bei anderen matten Lippenstiften, die sehr fest sind von der Konsistenz. Das ist wirklich wie so ein Kuss, also wie so ein pudriger Kuss. Ist genau richtig beschrieben, Powder Kiss und der gleitet ganz sanft über die Lippen und dann habt ihr eine schöne Pigmentierung. Ihr könnt euch das auch so ein bisschen eintupfen, um das Ganze so ein bisschen zu reduzieren. Also ich mag die Farbe sehr gerne, die ist super universell nutzbar, ist nicht zu schreiend, gibt einem trotzdem frische. Also ein sehr schöner Ton, der wahrscheinlich auch sehr vielen stehen wird. Das nächste Produkt ist von Mudmaski und zwar ein Serum für die Augen. Das hatte ich auch bereits schon mal. Das fand ich ziemlich gut. Das ist ein ganz leichtes Serum, was speziell für die untere Augenpartie konzipiert ist. Hier ist unter anderem ein Rotalgenextrakt drin, Granatapfel und Kakadu-Flaume. Dadurch enthält das Ganze sehr viele natürliche Mengen an Vitamin C und das könnt ihr einfach unter eurer Augenpflege zum Beispiel verwenden. Oder wenn ihr keine separate Augenpflege nehmt, könnt ihr das einfach quasi als Serum auftragen. Das ist nämlich sehr, sehr leicht und tragt euch danach zum Beispiel einen Sonnenschutz auf oder eure ganz normale Creme und nehmt die eben auch ein bisschen für den Augenbereich. Das geht auch. Ihr könnt es aber auch mit jeder anderen Augenpflege, die ein bisschen reichhaltiger ist, kombinieren. Mir hat das ganz gut gefallen. Das könnt ihr sowohl morgens als auch abends verwenden. Ich fand es von der Konsistenz her sehr schön. Man kann es eben auch mit anderen Produkten noch kombinieren. Man kriegt kein Pilling und die Augenpartie ist einfach schön mit Vitaminen und Nährstoffen versorgt. Und zusätzlich werben sie übrigens damit, dass nach drei bis vier Wochen die dunklen Augenringe ein bisschen vermindert werden sollen. Ehrlich gesagt konnte ich das noch nicht feststellen. Ich habe es aber auch nicht kontinuierlich drei, vier Wochen am Stück genommen, sondern immer mal so ab und zu. Vielleicht teste ich das einfach mal, denn ich habe tatsächlich sehr dunkle Augenringe und vielleicht bringt das ja was. Dann haben wir noch ein paar Bronzing Drops von Pi mit dabei. Pi ist eine richtig schöne, natürliche Marke. Da habe ich auch schon einige Produkte von ausprobiert und auch dieses Serum habe ich bereits in meiner Sammlung. Deswegen werde ich das euch auch verlosen. Ich zeige euch das einfach mal vom Auftrag her, wie das Ganze ausschaut. Ihr müsst es relativ schnell verblenden, denn es ist so ein Bronzy Serum, was euch einfach so ein Glow gibt, wie ihr das hier seht. Wenn ihr das so pur auftragt, sieht es sehr extrem aus. Aber wenn ihr es schnell verteilt, habt ihr einen richtig schönen Glow und das könnt ihr nicht nur fürs Gesicht, sondern theoretisch auch für den Körper nehmen, also auch fürs Dekolleté oder so. Und ihr braucht davon nicht viel. Deswegen habe ich das immer noch. Ich habe das bestimmt schon zwei Jahre. Das könnt ihr zum Beispiel auch gut mischen mit einer Bodylotion. Nehmt es für die Beine, dann habt ihr einfach so einen schönen Glow, wenn euch das fürs Gesicht zu viel ist. Das habe ich auch schon gemacht. Und wenn ihr es dann verblendet habt, setzt es sich und dann verrutscht es auch nicht mehr. Also am Anfang ist es sehr flüssig, aber dann sitzt das quasi bombenfest. Das seht ihr hier schon. Also für den Sommer wirklich ein richtig cooles Produkt und vor allen Dingen multifunktionell einsetzbar, sowohl fürs Gesicht als auch für den Körper. Und ihr könnt es eben auch noch mit unterschiedlichen anderen Produkten mischen. Es funktioniert eigentlich immer sehr gut. Dann habe ich noch eine Haarmaske dabei von der Marke Brave New Hair. Und zwar ist das eine Maske, die euch einen Glanz in die Haare bringen soll. Instantly shiny and nourished hair with coconut oil and fruit extracts. Ist für alle Haartypen geeignet, soll also einfach Glanz in die Haare bringen und die Haare schön nähren mit Kokosnussöl. Das hört sich erstmal sehr gut an. Werde ich auch gerne ausprobieren. Braucht man nur fünf Minuten einwirken lassen, dann soll man es auswaschen. Ich schaue mal, ob man daran schon was riecht. Riecht ein bisschen fruchtig. Riecht nicht nach Kokosnuss oder so, sondern nach Früchten. Und hier sollen auch Fruchtextrakte drin sein. Das finde ich super angenehm. Ich mag es gerne, wenn Shampoos so ein bisschen fruchtig riechen. Werde ich auf jeden Fall sehr gerne mal ausprobieren. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Ring mit dabei. Bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie der am Finger ausschaut. Den kann man anscheinend von der Größe her verstellen und hier einfach so ein bisschen zusammendrücken, sodass den wahrscheinlich fast jeder tragen kann. Also ihr seht schon hier an dem Mittelfinger passt es schon kaum. Ja, ich muss mal gucken, ob es vielleicht am Ringfinger funktioniert. Das geht schon besser. Ich habe recht breite Finger und der sieht recht schön aus, muss ich sagen. Also hier sind so ein paar Steinchen noch drauf und diesen Ring bekommt übrigens auch jeder. Kann man ganz schön im Sommer kombinieren. Ist ein süßer Ring, finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und jetzt an dem Finger hat er mir auf jeden Fall auch gepasst. Mal gucken, ob ich das noch mit weiteren Ringen kombinieren kann. Ja, geht theoretisch. Muss aber auch nicht sein. So alleine funktioniert er auch für mich. Ich glaube, an einem anderen Finger wäre er mir zu klein. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Ansonsten ist das auch was, was man gut weitergeben kann. Also ich muss sagen, ich habe ja auch einige Nichten. Denen schenke ich natürlich auch ab und zu mal solche Schmuckstücke, die jetzt in Boxen drin waren, die mir jetzt nicht ganz passen oder so. Und die freuen sich immer darüber. Also dafür habe ich auf jeden Fall auch eine Verwendungsmöglichkeit. Selbst wenn ich das jetzt nicht trage. Ich trage halt schon meistens diese Ringe an meinem Ringfinger. Und deswegen habe ich halt jetzt nicht mehr ganz so viel Platz an meinen Händen. Aber gut, ich denke mal, ihr werdet auch eine Verwendungsmöglichkeit dafür finden. Denn ich meine, der Ring ist auch für jeden mit dabei. Ich finde es ein ganz süßes Add-on. Und der Gesamtwert der Box soll 137 Euro sein. Kann ich mir auch gut vorstellen. Der Mac-Lickenstift ist eine Full-Size. Das Produkt von Mudmaski kostet auch locker über 50 Euro. Auch das Produkt von Pi ist nicht ganz günstig. Und auch dieses Serum wird einen richtig guten Wert haben. Es ist nämlich auch eine Full-Size hier mit 30 Milliliter. Also summa summarum ist es diesen Monat eine richtige Kracherbox, muss man wirklich sagen. Eine schöne Auswahl mit ein paar Bestsellern, aber auch mit ganz neuen Produkten. Wenn ihr euch die Box kaufen wollt, habt ihr bei diesem Entro-Serum die Wahl, ob ihr dieses Healthy Glow Serum haben wollt oder lieber ein feuchtigkeitsspendendes Serum. Könnt ihr einfach mal gucken, was euch besser gefällt. Oder ihr könnt auch die Entscheidung denen überlassen. Das geht, glaube ich, auch. Und dann habt ihr natürlich die Wahl, ob ihr die Box einzeln kaufen wollt. Quasi im flexiblen Abo mit meinem Code flissimfranka zahlt ihr nur 11,90 Euro. Oder ihr wählt direkt quasi ein 3-Monats-Abo, zahlt dann diesen Monat 16,90 Euro. Im nächsten Monat kommt die Doppelbox für Juli, August. Und dann bekommt ihr eben diese 3 Produkte von NYX auch noch mit dazu. Einfach den Code NYXTRIO noch mit angeben. Ich schreibe euch wie immer alle Details in die Infobox. Also schaut da gerne nach. Da verlinke ich euch die Box. Und da stehen übrigens auch alle Details zur Verlosung. Denn ich verlose euch eine Mystery-Blissim-Box. Ich nenne euch aber schon mal ein paar Produkte, die ich euch da auf jeden Fall reinpacke. Und zwar unter anderem dieses Serum von Pie, denn ich habe es ja bereits hier, das habe ich euch ja eben gezeigt. Deswegen, ich brauche es jetzt nicht zweimal, weil das super ergiebig ist, verlose ich euch das. Dieses Serum für die Augen packe ich euch auch mit dazu. Und auch den Lippenstift von MAC. Also die 3 Produkte bekommt ihr auf jeden Fall. Und dann werde ich euch noch 2-3 weitere Goodies mit dazu packen und euch in eine Blissim-Box stecken. Und wenn ihr daran teilnehmen wollt und das gewinnen möchtet, schaut in die Infobox. Da stehen die Details dazu. Ich drücke euch die Däumchen und wünsche euch viel Glück. Ich zeige euch hier hauptsächlich Unboxings von Beauty Boxen. Also wenn das ein Thema für euch ist und ihr das genauso liebt wie ich, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr abonniert und ein Däumchen nach oben gebt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bedankt mich fürs Zuschauen. Hier gibt es zwei meiner letzten Videos. Hier könnt ihr abonnieren. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.